Puh, was erwarte ich mir heute? Ich habe gesagt, ich bin jetzt am Parzell 9 Punkte hinter mir. Ja, ist klar, ich werde alles geben, ich brauche zwar eine super Startzeit und muss heute wirklich das Maximum rausholen. Ja, ist klar, ich werde alles geben, ich werde alles geben. Ja, ist klar, 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 ich werde alles geben. Untertitelung des ZDF, 2020